Das Neue, ihr wisst schon. Wir waren zuletzt hier in der Barackenstadt, haben irgendwie einen brennenden Pfeil bekommen. Ich weiß ja bis heute nicht, wie ich den aus... Ah. Okay, jetzt habe ich es begriffen, alles klar. Ich habe brennende Pfeile, warum auch immer, auf einmal, cool. Ich habe das irgendwie vorhin nicht ganz mitbekommen. Ich war da so im Halbschlaf irgendwie. Aber ist auf jeden Fall cool. Und war das eben ein Tier da unten? Tatsächlich ein Warzenschwein. Bup. Brenn dich weg. Sag mal. Ha. Ich habe ein Warzenschwein erlegt. Ich bin der Beste. Die Beste. Eieiei, was haben sie denn hier gemacht? Bleh. Alles klar, wir suchen jetzt nach Sam. Weil, äh, wir wissen nur so viel, dass sie an einem... Oh. An einem Ritual teilnehmen wird. Ich glaube, an einem Feuerritual hieß es. Wir wissen jetzt aber nicht, also ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich geopfert wird und verbrannt wird. Oder ob sie vielleicht zur Königin gekrönt wird. Weil sie ist ja irgendwie die Ur-Ur-Urenkelin von, äh, dieser komischen, wie hieß die? Mimoto oder so ein Kack. Wie auch immer die hieß. Deswegen habe ich mir gedacht, es könnte ja theoretisch auch sein, dass sie zur Königin gekrönt wird. So. Da stehen irgendwie gefährlich viele rote Kisten rum. Das muss irgendwie auch noch einen Grund haben. Machen wir doch mal gucken. Ich bin hier auch richtig, ja? Oh, fuck. Da! Äh. Okay. Nicht hin... Oh Gott, ich kann so nicht zielen. Oh Gott. Scharfschütze, das möchte ich sehen. Wahrscheinlich immer mit Kopfschüssen oder so. Ja, da hier. 50 Kopfschuss-Kills. Oh, jetzt werden es mir zu viele hier. Wow. Das Spiel hing gerade eben mal. Wie viel Munition habe ich eigentlich? Was ist denn mit dem Sch... Wo muss ich denn jetzt hin? Was meint sie los dazu? Äh, haha. Ich weiß aber gerade nicht. Warte, was steht denn hier? Ist das hier so ein Sekundär-Ding, oder? Muss ich hier auch lang? Ich glaube, ich muss hier auch lang, oder? Obwohl. Oder habe ich jetzt so eine Grube entdeckt? Die wollte ich ja eigentlich gar nicht machen. Aber naja, gut. Na, ich glaube, ich bin hier falsch. Na, was soll's. Na komm, jetzt spring schon ab, da. Äh. Ja, toll. Ach, ich überlebe das. Okay. Oh, ich wollte die Sekundär-Dinger gar nicht machen. Die optionalen Teile. Naja, was soll's. Äh, komme ich hier hoch? Nein. Wo komm ich denn hoch? Das Schlimme ist halt, dass ich gerade nicht mal ansatzweise die Lust habe, das hier irgendwie auch nur ansatzweise zu machen. Das sieht schon mal richtig aus. Was war das denn bitte? Das sieht gut aus. Da liegt, glaube ich, glaube ich, noch was? Jo. Gut, wir machen das mal. Gut. Gut, wir machen das mal. Oh, oh. Oh, oh. 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 Ist ja merkwürdig. Soll ich denn damit... Ach, vielleicht soll ich mich am Seil festhalten oder so. Ganz toll. Oh, ich hab da gar keinen Bock drauf gerade. Das ist doch schlimm. Oh, jetzt werd ich auch noch angeschrieben. Hurra. So. Ach ja. Was soll's. Hm. Aber da komm ich ja so nicht ran. Das heißt, ich muss ja irgendwie höher kommen. Vielleicht. So. Ah, okay. Was ist das jetzt? Das war alles? Das war alles. Wow. Ich dachte jetzt, die würden irgendwie länger dauern. Na ja, gut. Oh, warte, du. Wo ging's nochmal? Ah, okay. Ich hab mir jetzt gedacht, das dauert irgendwie länger. Hm. Ja, was soll's. War ja auch mal ganz lustig, wa? Es ist extrem dunkel. Wow. So. Schon mal wieder draußen. Highway to hell. Schöner Name. Das find ich jetzt irgendwie gut. Was ist denn mit dem Spiel auf einmal los? Bewege los. Ach. Finden sie einen Weg? Ah, okay. Auch du heiliger. Okay. Ich muss sie jetzt umbringen, merke ich schon. Ach, ich brenne. Ah, ja, gut. Okay. Weg. Ja. Ich wollte die Waffe haben. Tee. Oh, oh, what? Du brennst. Du brennst. Und. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Wow. Na los, komm her. Toll. Klar kann ich schießen. Was denkst du denn? Ja. Ja. Mhm. Komm schon. Habe ich eigentlich nicht? Wartet mal. Ach so. Nee, warte mal. Ich habe jetzt. Mhm. Das ist jetzt. Und. familiar. Ja. Oh. Ja, jetzt aber. Hä? Oh. Ach, heller Stoff kann verbrannt werden. Okay. Dann brauche ich aber vorher Pfeile. So. Während das brennt, gucke ich mir mal hier so ein paar Leiche an. So. Perfekt. Oh. 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 Okay. Seguro. Ja, das nehme ich. Oh, wer ist das denn? Ist das Wort? Dem ist aber schnell. Helfen. Komm ich da rein? Ja. Okay. Oh mein Gott. Ach du heiliger. Du. Eieiei. Eieiei. Ah fuck. Dich habe ich. Oder auch nicht. Jetzt habe ich dich. Eieieiei. Oh was kommt jetzt? Oh das ist gut. Geht da runter und leg sie um. Ja. Ach ja, ich kann jetzt meine coole Dings benutzen, ne? Meine coole Axt. Oh oh. Ach Gott, falscher Knopf. Sag mal. Wie viel kommt denn da noch? Nein. Ich mach dich fertig. Ja. Ah. 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 Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf. Dann holen wir sie da raus. Von hier aus komm ich nicht rauf. Ah. Verdammt. Aber wir haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay. Schon unterwegs. So, alles eingesackt. Wo muss ich denn dann hin? An sich muss ich ja jetzt wieder zurück, ne? Irgendwie. Achso, ich kann da hochkla- Ah. Kann ich das Ding bedienen, wenn ich wollte? Tatsächlich. Achso, ich hab's kaputt gemacht. Ah. Ach, ich hab's auch okay. Hab's verstanden. Ich soll da irgendwie hoch. Wie genau ist jetzt die Frage? Ach. Das sieht gut aus. Ach. Entschuldigung. Wo? Ach da. Die Outsiderin ist hier!